Das spezielle am Tricktraining ist, dass ich gar keinen Platz brauche, wo ich das mache, sondern ich kann das im Wohnzimmer machen, an der Bushaltestelle, wann immer ich meinen Hund dabei habe, die Leckerchen dabei habe, einen Klicker oder mein Markerwort, das kann ich natürlich auch nutzen, dann kann ich mit meinem Hund zusammen in kurzer Zeit ein bisschen Spaß haben und Tricks erarbeiten. Natürlich gibt es wichtige Dinge als Tricktraining, völlig klar, es ist nicht wichtig, dass der Hund eine Schublade zumachen kann oder eine Tür öffnen kann, aber wenn ich einen umwelttauglichen Hund habe, dann kann ich auch einfach nur Spaß mit dem haben, mal was machen, was uns beide ein bisschen näher bringt, Tricks miteinander zu erarbeiten, fördert auch die Bindung zueinander und Spaß miteinander zu haben, das ist schon wertvoll. Es gibt es immer wieder, dass man diesen Vorwurf hört, muss ich jetzt einen Zirkushund aus meinem Hund machen, das ist natürlich Quatsch. Es ist keine Herabwürdigung des Hundes, wenn der dabei Spaß hat und ich habe dabei Spaß und der Hund kann sich ein paar Kekse dabei verdienen, dann finde ich, ist das nichts Verwerfliches. Tricktraining ist prinzipiell für jeden Hund geeignet. Es ist total egal, was ich für eine Rasse habe. Ich wähle einfach den Trick so aus, dass er für meinen Hund passt. Egal, ob ich einen jungen Hund habe oder einen alten Hund oder einen Hund habe, der ein Handicap hat. Ich kann ja schauen, was kann mein Hund und danach wähle ich die Tricks für ihn aus und insofern ist es für jeden Hund geeignet. Dieses Vorurteil, dass ich einen Border Collie brauche oder einen Aussie, speziell intelligente Hunde, das ist totaler Quatsch. Ich kann das mit jedem Hund machen. Ich muss nur darauf achten, was macht mein Hund gerne und danach wähle ich eben aus.